Herzlich willkommen in meiner urologischen Praxis in Stuttgart. Mein Name ist Holger Lange und ich bin niedergelassener Urologe und Belegarzt in eigener Praxis hier im Zentrum von Stuttgart in der Hirschstraße 31. Die Praxis deckt das gesamte sowohl konservative als auch operative urologische Spektrum ab. Im konservativen Bereich lege ich sehr großen Wert auf Früherkennungs- bzw. Vorsorgeuntersuchungen. Aber selbstverständlich erfolgt auch die diagnostische Abklärung urologischer Beschwerden mit Hilfe des Ultraschalls, des Labors und der Endoskopie. Als Belegarzt führe ich ambulante und stationäre Operationen an Prostata, der Blase, Nieren und dem äußeren männlichen Genitale durch. Im ambulanten Bereich habe ich mich spezialisiert auf die Non-Skalpell-Aversektum. Die Erreichbarkeit ist durch die Lage im Zentrum Stuttgart sehr gut. Es besteht Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und es befinden sich drei Parkhäuser in unmittelbarer Umgebung der Praxis. Gerne stehe ich Ihnen als Ansprechpartner zu Fragen und Beschwerden im urologischen Bereich zur Verfügung.